Bist du bereit? Ja. Hallo ihr Heimwerker! Jetzt zeigen wir euch mal eine richtige Obi-Hammer-Werbung. So, wir machen was anderes. Wir zeigen euch, wo der Hammer hängt. Achso, probiert es zu Hause nicht aus. Das tut weh. Cool. So, dann will ich mal den Nagel auf den Kopf treffen. Da bin ich gespannt. Wahnsinn. Ey, Wahnsinn, ich halte es nicht aus. Ich frage es nicht. Wahnsinn! Super! Hammerhart. Und? Hammerhart. Also ehrlich. Finale der Hammerwerfer. Wie lange hast du das geübt, sage mal? Und? War gut?